hi zusammen wie geht es euch die geräte das wir heute brauchen sind zwei wasserflasche ganz einfach oder komm los geht's die nummer zwei ausfallschritte immer nach hinten ganz fest ist unser wasserflasche nummer drei lenk in position halten los und die nummer vier wir botzen ich habe euch gezeigt wie eine runde läuft ihr könnt drei fünf oder sieben machen bitte bleibt gesund und fit auf wiedersehen und dann und dann